Mit nach der Autobahn. Ein Kollege mit Porsche. Ja, das war Fettscheid. Geht von mir, Kollege. Schieb mal ein bisschen. Ach, der Porsche da, jetzt sehe ich es. So, ein bisschen sieht man es mehr, aber auch noch ein bisschen. Jetzt auch. Das gucke ich mir dann immer am liebsten an, mit meinem Uri. Dann haben wir den Porsche, den lahmen Ente da. Den haben wir jetzt richtig schön im Visier. Mal gucken, was er macht. Ja, das ist jetzt der Parkplatz, mit Aussied aufs Meer. A-R-T-Pisole. Also, ne, Picolare. Entschuldigung, nicht Pisole. Hab schon gedacht, Pisole, weißt du? Ja. Spaß muss sein. Ja, du, zu viele Bäume.